Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst von Wahlstadt, war preußischer Generalfeldmarschall und hat sich in bedeutenden Schlachten hervorgetan. Seiner offensiven Truppenführung verdankte er den populären Beinamen Marschall vorwärts, der ihm nicht von den Deutschen, sondern von den damals in den Befreiungskriegen verbündeten Russen verliehen wurde. Seine beharrliche Vorwärtsstrategie, mit der er gegen das Zögern der drei verhandlungsbereiten Monarchen der 6. Koalition im Winter 1813-1814 die Überquerung der Rheingrenze und den Vormarsch auf Paris durchsetzte, führte zur relativ schnellen Niederlage der Franzosen. Den endgültigen Sturz Napoleons führte er durch den Sieg in der Schlacht von Waterloo mit Wellington herbei. Dadurch wurden sie die beiden damals populärsten Kriegshelden der Befreiungskriege in Europa, leben. Blücher stammte aus dem alten Adelsgeschlecht Blücher. Sein Vater war der hessen-Kasselsche Rittmeister Christian Friedrich von Blücher. Seine Mutter war Dorothea Maria von Zülo aus dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht Dera von Zülo. Die Familie von Blücher besaß ursprünglich das Rittergut Großrenzo. Gebhard Leberecht zur Großvater verlor diesen Familienbesitz aber während des Dreißigjährigen Krieges. Um kriegerischen Auseinandersetzungen der Stände mit Herzog Karl Leopold zu entgehen, ging seine Mutter nach Rostock, wo Blücher geboren wurde. Gebhard hatte sechs ältere Brüder und zwei Schwestern. Die durchaus ärmlichen Verhältnisse veranlassten seine Eltern, ihn gemeinsam mit seinem älteren Bruder Ulrich Siegfried zur Schwester auf die schwedische Insel Rügen zu schicken. Sie war mit dem schwedischen Kammerherrn von Kratwitz verheiratet. Eine grundlegende geistige Schulbildung genossen die Brüder nicht viel mehr widmeten sie sich fast ausschließlich der körperlichen Ertüchtigung. Nach Eintritt Schwedens 1757 in den Siebenjährigen Krieg schlossen sich die Brüder 1758 gegen den Willen ihrer Eltern dem schwedischen Husarenregiment Sparre an und kämpften gegen Preußen. Blücher wurde im August 1760 als Kornett bei einem Gefecht bei dem Dorf Kavelpas von dem preußischen Husaren Gottfried Landeck-Pfennig gefangen, genommen und auf das Gut Gallenbeck verbracht. Dort bewog ihn Oberst von Belling, der mit Blücher verschwägert war, in preußische Dienste einzutreten, und machte ihn bald darauf zu seinem Adjutanten. Fortan kämpfte er erfolgreich im Husarenregiment H8 und stieg vom Kornett bis zum Stabsrittmeister auf. Bei Kavelpas erinnert der Blücher Stein heute an seine Gefangennahme und den Übertritt in preußische Dienste. Da Blücher bei Unruhen in Polen an einem verdächtigen Priester eine Scheinerschießung vornehmen ließ, überging man ihn bei der bevorstehenden Ernennung zum Major und Eskadronschef. Daraufhin verlangte er trotzig seinen Abschied, der ihm von Friedrich dem Großen mit den Worten »Der Rittmeister von Blücher kann sich zum Teufel scheren« gewährt wurde. Schnell bereute Blücher diesen Entschluss, doch Friedrich verweigerte ihm trotz wiederholter Gesuche und Eingaben den Wiedereintritt in die Armee. Blücher zog sich nach Schlesien zurück, wo er ein Gut erwarb. In Potlitz heiratete er 1773 Caroline Amalie von Milling, mit der er sieben Kinder hatte. Nach ihrem Tod heiratete er 1795 in Sandhorst bei Aurich Amalie von Coulomb, eine Schwester des späteren Generals Peter von Coulomb. Etwa 15 Jahre lang besaß Blücher Ländereien in Großradau bei Stettin, Kreis Regenweide. Am 6. Februar 1782 nahm ihn die Freimaurerloge Augusta zur Goldenen Krone in Stargard in Pommern als Mitglied auf. Nach dem Tod Friedrichs II. stellte Friedrich Wilhelm II. 1787 Blücher wieder in sein altes Regiment ein und beförderte ihn zum Major. 1789 diente er als Oberstleutnant im Regiment der Graf Goulds Schenhusaren und erhielt am 4. Juni 1789 von König Friedrich Wilhelm II. den Orden Purley Merit. Nach dem Feldzug gegen Holland 1790 wurde er oberst. Nach dem Gefecht von Kirlweiler, in dem er sechs Geschütze eroberte, wurde er 1794 Generalmajor. Blücher übernahm 1795 DK Sekunden Kommando über die gemäß dem Frieden von Basel zum Schutz der Demarkationslinie in Westfalen verbleibenden preußischen Truppen. Sein Hauptquartier war in Münster. Von 1798 bis 1801 war Blücher Besitzer des Guts Nipno in der Landgemeinde Schwarz bei Stolp in Hinterpommern. In Hamm trat er 1799 der Freimaurerloge zum hellen Licht bei. Im Jahr 1801 er nannte König Friedrich Wilhelm III. Blücher zum Generalleutnant. Blücher wohnte zwei Jahre in Immerich am Rhein, wo er sich der Freimaurerloge Pax in Imaikamalis anschloss, in der auch seine beiden Söhne und neun seiner Offiziere initiiert wurden. Nach dem Frieden von Luneville nahm Blücher 1802 DK Sekunden Hochstift Münster, das Stift Essen und die Reichsabtei werden für Preußen in Besitz. Blücher wurde Gouverneur der neu errichteten Provinz Westfalen, mit deren Oberpräsidenten Heinrich Friedrich Kall vom Un zum Stein er Freundschaft schloss. In den Jahren 1802 zu 1806 war er Meister vom Stuhl der Loge zu den drei Balken in. Dort ließ er sich auch in freimaurerischer Bekleidung malen. Bei Ausbruch des Krieges 1806 stieß er mit den westfälischen Truppen zum Chor des Generals Ernst von Rüchel. Vergeblich versuchten beide, den Kurfürsten Wilhelm I., von Hessen-Kassel zum Kriegseintritt auf preußisch-sächsischer Seite zu bewegen anstatt neutral bleiben zu wollen. Unmittelbar vor Beginn der Schlacht bei Auerstedt erhielt Blücher am Morgen des 14. Oktober 1806 das Kommando einer neu formierten leichten Brigade als Vorhut der Hauptarmee unter Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Mit ihr griff er im Frühnebel ohne vorherige Erkundung zweimal die abwehrbereite französische Infanterie an und wurde zurückgeschlagen. Wenig später verlor die preußische Seite infolge der tödlichen Verwundung Braunschweigs ihre Leitung. Die Schlacht endete mit dem Rückzug der Hauptarmee, der in eine allgemeine Flucht überging. Als sie auf die Panikartig vom Schlachtfeld von jener flüchtenden Truppen traf, kurzfristig übernahm Blücher das Kommando über die 200 Mann starke Leibschwadron zum Schutz des Königs. Der Rückzug nach Lübeck Hauptartikel Anschließend sammelte Blücher Teile der versprengten Truppen und brachte mit Scharnhorst. Hierbei begann ihre Freundschaft 34 schwere Kanonen in Sicherheit. Blücher machte Scharnhorst zum Stabschef und beide planten französische Truppen auf sich zu ziehen, sodass Preußen neue Truppen aufstellen und die Franzosen erneut angreifen könne. Tatsächlich nahmen die Franzosen die Verfolgung mit drei Chor unter den Marschellen Bernadotte, Sold und Murat auf. Trotz mangelnder Verpflegung und vieler Erschöpfungstoter in 20 Tagen seit Jena und Auerstedt wurden 700 Kilometer zurückgelegt. Gelang es, sich den Franzosen zu entziehen. Anfänglich 10.000 Mann stark, wuchs die Armee durch den Zusammenschluss mit den zurückgehenden Truppen des Herzogs von Weimar am Ostufer der Müritz auf 21.000. Marschall Bernadotte schickte zwei Aufforderungen zur ehrenvollen Kapitulation, die Blücher aber trotz hoffnungsloser Situation ablehnte. Allein bei Strelitz hatte Blücher 5.000 Mann durch feindliche Angriffe und Hunger verloren. Blücher führte nun die Truppen nach Lübeck, das als freie Reichsstadt neutral und unbewaffnet war und die Preußen verschafften sich am 5. November mit ächsten Zugang durch die geschlossenen Tore. Als die Franzosen am 6. November unter Bernadotte angriffen wurde entgegen Scharnhorsts Befehl ein Versuch unternommen, die außerhalb der Stadtmauer stehenden Kanonen in die Stadt zu retten. Das offene Tor konnte von den Franzosen genommen werden. Nach blutigen Straßenkämpfen hatten die Franzosen die Stadt unter Kontrolle und viele Preußen, darunter Scharnhorst und den schwer verletzten Jörg, gefangen. Blücher gelang mit 9.000 Mann die Flucht. Mit seinen abgekämpften Soldaten zog sich Blücher über Schwartau nach Ratekau zurück, wo er im Pastorat Quartier nahm. Ein heilloses Durcheinander herrschte im Dorf. Hafer, Heu, Saat, Klee und Brot alles wurde beschlagnahmt. Die Kirche wurde aufgebrochen und als Pferdestall benutzt. Französische Artillerie war beim Riesebusch in Stellung gegangen, um Ratekau zu beschießen. Als die Nachricht kam, dass Treibemünde in der Hand der Franzosen sei, entschloss sich Blücher, zugunsten des Dorfes Ratekau und des Pastors Schröter zu kapitulieren. Ein drittes Angebot von Bernadotte zu einer ehrenvollen Kapitulation nahm er diesmal an, freilich mit dem schriftlichen Zusatz, er tue dies nur, weil er keine Munition und Brot mehr habe und unter der Bedingung einer Ehrerbietung für die preußischen Truppen. Bernadotte akzeptierte diese Bedingungen zuerst nicht aber da Blücher zu keinen weiteren Zugeständnissen zu bewegen war, gab Bernadotte zur Vermeidung weiterer Kämpfe und Toter nach und ließ entsprechend den Kapitulationsbedingungen die französischen Truppen längs der Straße zur Ehrerbietung an den vorbeiziehenden tapferen Feind aufstellung nehmen. Als persönliche Geste verzichtete er auf die Annahme von Blüchers Degen. Während der preußische Armeeführer seine Waffen behalten durfte, legten seine Soldaten ihre Waffen nieder und begaben sich in Gefangenschaft. An der Blücher-Reiche bei Ratekau wurde 1856 ein Gedenkstein errichtet. Blüchers Kanonenrettung und der Rückzug nach Lübeck machten ihn zu einer Legende in ganz Europa. König Friedrich Wilhelm III. verlieh ihm darauf im April 1807 den Schwarzen Adlerorden. Für Lübeck begann hingegen die Franzosenzeit. Nach der französischen Gefangenschaft Blücher durfte sich auf sein Ehrenwort größtenteils frei bewegen. In der auch Napoleon ihn kennenlernen wollte, wurde er 1807 gegen den französischen General Victor ausgetauscht, Adolf zu unterstellen und wurde nach Schwedisch-Bommern geschickt, um die Schweden zu unterstützen. Es kam aber zu keinem Kampfeinsetzen mehr. In den folgenden Jahren stieg er zum Generalgouverneur in Pommern und der Neumark und General der Kavallerie auf. Befreiungskriege Blücher forderte leidenschaftlich den Befreiungskampf gegen Frankreich und wandte sich den preußischen Heeresreformant zu. Damit war er am offiziell mit Frankreich verbündeten preußischen Hof für nicht genehm. Als französische Agenten ihn bei der heimlichen Ausbildung von nicht genehmigten Truppen aufspürten, musste er 1812 den aktiven Dienst verlassen. Er lebte daraufhin in Kunzendorf. Als Preußen 1813 den Krieg mit Frankreich wieder aufnahm, holte man ihn zurück. Zunächst führte Blücher das preußische Kurs. Danach wurde er Oberbefehlshaber der schlesischen Armee. In der Schlacht an der Katzbach am 26. August vernichtete er das Herrmarschall Jacques McDonalds. Am 18. September hielt er in der Loge in Bautzen seine in der Freimaurerei berühmte Rede. Ich habe von Jugend auf die Waffen für mein Vaterland geführt und bin darin grau geworden. Ich habe den Tod in seiner fürchterlichsten Gestalt gesehen und sehe ihn noch täglich vor Augen. Ich habe Hütten rauchen und ihre Bewohner nackt und bloß davon gehen sehen. Und ich konnte nicht helfen. So bringt es das Treiben und Toben der Menschen in ihrem leidenschaftlichen Zustand mit sich. Aber gerne sehnt sich der bessere Mensch aus diesem wilden Gedränge heraus und segnend grüße ich die Stunde, wo ich mich im Geiste mit guten, treuen Brüdern in jene höhere Regionen versetzen kann, wo ein reines, helles Licht uns entgegenstrahlt. Heilig ist mir daher die Maurerei, der ich bis zum Tode treulich anhängen werde. Und jeder Bruder wird meinem Herzen stets teuer und wert sein. Am 9. Oktober 1813 bezog Blücher sein Hauptquartier in Pautsch in der Nähe von Bitterfeld nördlich von Leipzig und schlug am 16. Oktober in der Völkerschlacht bei Leipzig den Marschall Marmont bei Möckern vollständig. Obwohl seine Kavalerie starke Verluste erlitten hatte, verfolgte der frisch ernannte Generalfeldmarschall die Franzosen bis nach Paris. Auf dem Marsch nach Frankreich sammelte sich die schlesische Armee im Dezember 1813 auf der rechten Rheinseite auf einer Breite von Mannheim bis Neuwied. Das Zentrum der Armee mit Blücher und den Chor York und Lang-Eron sammelte sich im Raumkaub auf dem Taunus. In der Neujahrsnacht auf 1814 setzten die Vorhut und erste Truppen in Neichen über den Rhein, während russische Pioniere eine Brücke aus Leinwandputus bauten. Nach dem Brückenbau in Höhe der Burg Pfalz Grafenstein überquerte Blüchers Armee vom 2. bis 5. Januar den Rhein. Durch den Vormarsch der preußischen Truppen in Frankreich wurde auch die französische Telegrafenlinie von Metz nach Mainz unterbrochen. Zur selben Zeit überquerten das Gorsacken den Rhein bei Mannheim und das Gorsankt. Priest den Rhein zwischen Neuwied und der Landmündung mit Schwerpunkt Koblenz. Am 1. Februar 1814 schlug Blücher die französische Armee unter Napoleon bei Lerothiere, wurde in der Folge von fünf Tagen in vier Schlachten jedoch wieder zurückgeschlagen. Am 9. März siegte wiederum Blücher bei Laon und marschierte mit dem aus Belgien kommenden Bülouchen-Chor auf Paris, das am 30. März 1814 mit der Erstürmung des Montmarata genommen wurde. Friedrich Wilhelm III. Er nannte Blücher am 3. Juni 1814 zum Fürsten von Wallstadt und schenkte ihm die Güter um Kriplowitz. Die Schlacht bei Waterloo nach der Rückkehr Napoleons aus seinem Exil auf Elba übernahm Blücher das 150.000 Mann starke preußische Herr in Belgien, wurde aber in der Schlacht bei Laini am 16. Juni 1815 geschlagen. Dennoch rückte er vor und griff zwei Tage später mit seiner Armee gerade noch rechtzeitig in die Schlacht bei Waterloo ein und konnte damit die bereits wankenden Truppen des englischen Generals Wellington Sieg entscheidend gegen Napoleon unterstützen. Zur Belohnung schenkte ihm Friedrich Wilhelm III., ein Stadtpalais in Berlin, in Absprache mit Wellington, dessen Truppen vollkommen erschöpft waren, rückte Blücher in Allmärchen anschließend alleine mit seinen Truppen auf Paris vor und besetzte es am 7. Juli 1815. An den anschließend beginnenden Verhandlungen hatte Blücher weder Interesse noch Anteil, sondern hielt sich abseits. Im selben Jahr wurde Blücher mit dem Blücherstern einer für ihn gestifteten Sonderform des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Im Anschluss an einen Besuch in London, wo er vom König empfangen und als Held gefeiert wurde, zog er sich auf sein Schloss Kriplowitz zurück, besuchte aber regelmäßig Karlsbad. Am 12. September 1819 verstarb er in Kreplowitz und wurde dort später in einem für ihn geschaffenen Mausoleum beigesetzt. Der in den Jahren 1846 zu 1853 neben der Familiengruft errichtete runde Turmbau erlitt durch sowjetische Soldaten am 25. Februar 1945 und andere Vandalismusakte nach dem Kriege Beschädigungen, wobei der Sarg Blüchers beseitigt wurde. Das Grab ist seither leer, der Verbleib des Leichnams ist unbekannt. Blücher war bei der Truppe beliebt. Er führte seine Soldaten schon vor der Scharnhorstschen Militärreform ohne körperliche Strafen, requirierte energisch für sie und sah über Plünderungen auch einmal hinweg. Strategisch sowie taktisch tat er sich wenig hervor, doch zeichnete ihn sein draufgängerisches, gelegentlich tollkühnes und leugseliges Temperament vor vielen Generalen der Koalitionsarmeen aus. Sein Temperament und sein Angriffswille führten zu seinem Spitznamen Marschall vorwärts. Blüchers sprachlich recht eigenwillige Briefe geben seinen Charakter sehr gut wieder. Den folgenden Brief schrieb er am 4. Mai 1813 zwei Tage nach der Schlacht bei Großgürschen an seine Frau. Was vor Nachricht du auch erhältst, so sei ruhig, denn ob ich gleich drei Kugel erhalten und auch mein Pferd erschossen, so ist doch alles nicht gefährlich und ich bin und bleibe in Volllegertätigkeit. Satisfaction habe ich genug, denn ich habe den Herrn Napoleon zweimal angegriffen und beide mal geworften. Die Schlacht ist so mörderisch gewesen, dass beide Thee erschöpft waren und beide Mangel an Ammunitionen hatten. Der Feind hat ungleich mehr V-Wire verloren, aber es ist auch manche brave Waffenbruder aus der Welt geschieden. Vor heute kann ich nicht mehr schreiben, da ich ausmarschiere. Next ends will ich dich mehr sagen, Gott mit dich. Ich habe einen Schuss im Rücken, der mich sehr schmerzt. Die Kugel bring ich dich mit. In Blüchers Verhalten gab es auch skurriere Äußerungen. Nach dem Zeugnis Hermann von Beunz behauptete Blücher von einem Elefanten schwanger zu sein und glaubte, die Franzosen hätten den Boden seines Zimmers glühend erhitzt, weswegen er nur auf Zehenspitzen ging. Bis heute ist ungeklärt, ob Blücher tatsächlich mental beeinträchtigt war, ob er durch übermäßigen Alkoholkonsum Wahnvorstellungen hatte oder ob seine Äußerungen einem seltsamen Sinn für Humor entsprangen. Privat verschuldete er sich immer wieder durch seine Spielsucht. Familie Blücher war zweimal verheiratet. Seine erste Frau war Karoline Amalie von Milling, die er am 21. Juni 1773 geheiratet hatte. Die Eltern seiner Frau waren der polnische Oberst Friedrich Wilhelm von Milling und Bernhardine von Buljanovska. Er hatte mit ihr sieben Kinder darunter, Franz Bernhard Joachim preußischer Generalmajor infolge einer Kopfverwundung 16. September 1813 bei Peterswalde Geisteskrank Lemniskarte Bernhardine von Saas, Friedrich Jebhardt Liebrecht Lemniskarte Elisabeth von Conring, Bernhardine Friederike, Lemniskarte 14, Januar 1814 Maximilian Karl Asche von der Asseburg. Seine zweite Frau wurde am 19. Juli 1795 Amalie von Coulomb. Sie war die Tochter des Kriegs- und Domänenrats Peter von Coulomb und der Maria Elisabeth Beckmeister. Diese Ehe blieb ohne Kinder, große Schlachten, 1806 Schlacht bei Jena und Auerstedt, 1813 Schlacht an der Katzbach, 1813 Völkerschlacht bei Leipzig, 1815 Schlacht bei Leini, 1815 Schlacht bei Waterloo Sieg mit Wellington, Redensart. Die Redensart Ranvi Blücher bezieht sich ebenfalls auf Gebrhardt Liebrecht von Blücher und umschreibt im Allgemeinen ein sehr stürmisches und entschlossenes Vorgehen. Ehrungen Blücher war Ehrenbürger von Berlin, Hamburg und Rostock. Er wurde am 14. Juni 1814 von der Universität Oxford zum Dr. Juer H.C. ernannt und am 3. August 1814 von der Berliner Universität zum Dr. Phil H.C. Im Waterloo-Saal der Hauptresidenz Windsor Castle hängt auf dem Ehrenplatz an der Kopfseite das Bildnis von Wellington und an seiner rechten Seite, das von Blücher. George Stevenson nannte eine seiner ersten Lokomotiven Blücher. In Köln wurde der Blücherpark nach ihm benannt, in Aachen der Blücherplatz der um 1868 gebaut wurde. In der Berliner Innenstadt gab es im Bereich des Generalszuges drei Benennungen als Blücherstraße und zwei als Blücherplatz sowie einen vorgesehenen Wahlstadtplatz. Dazu im heutigen Berlin sechs weitere Blücherstraßen. Museum Die Stadt Kaube am Rhein erinnert seit 1913 mit ihrem Blüchermuseum Kaube an den Marschall und seine Rheinüberquerung von 1814. Denkmäler Das erste Denkmal wurde ihm am 26. August 1819 in seiner Vaterstadt Rostock auf dem Blücherplatz errichtet. Es war das erste Denkmal, das in Deutschland einer lebenden, nicht fürstlichen Person galt. Blücher stand dieser Irrung reserviert gegenüber. So geehrt ich mich, schrieb Blücher am 8. Februar 1816 auch durch das in meiner Vaterstadt zu errichtende Denkmal in meiner Vaterstadt fühlen muss. So kann ich doch nicht umhin, mir die Bemerkung zu erlauben, dass man das Wenige, was sich zu leisten imstande war, zu hoch in Anrechnung bringt. Und die Entscheidung hierüber doch wohl eigentlich nur der Nachwelt gebührte. Das Standbild wurde von Johann Gottfried Schadeau in Berlin gefertigt. Der sich gemäß Wunsch der Stifter mit Goethe über die Anordnung beraten hatte. Es wurde am 26. August 1819 dem Jahrestag der Schlacht an der Katzbach eingeweiht. Das Denkmal zeigt Blücher in Uniform, umschlungen vom Löwenfeld des Herkules. In schreitender Stellung streckt er mit der rechten Hand den Marschallstab vor. An dem Granitblock darunter sind zwei Reliefs, wo er einmal im Moment der Gefahr des 16. Juni 1815 und als siegreicher Feldherr dargestellt ist. Die Inschriften stammen von Goethe. Auf der vorderen Seite steht, dem Fürsten Blücher von Wahlstadt, die Seinen. Auf der hinteren Tafel, so riss er uns von Feinden los. Ein zweites Standbild wurde auf dem Salzring, dem größten Marktplatz in Breslau errichtet. Der Künstler Christian Daniel Rauch stellte den Feldmarschall ebenfalls vorwärts schreitend dar. Es wurde 1945 bei der Entdeutschung Breslaus nach seiner Imbesitznahme durch Polen beseitigt und eingeschmolzen. In Berlin setzte der König Blücher am 18. Juni 1826 ein drittes Standbild ebenfalls von Rauch anverticht von dem Bild Gieserlekin. Es stand neben dem königlichen Palais gegenüber der Neuen Wache und den Standbildern von Scharnhorst und Bülow. Auf der Vorderseite findet sich die Inschrift, Friedrich Wilhelm III., dem Feldmarschall Fürsten Blücher von Wahlstadt 1826. Die Rückseite zeigt in einem Lorbeerkranz die Jahreszahlen 1813, 1814, 1815. Ein Seitenrelief bildet die Heimkehr Blüchers ab, das andere eine Schlachtenszene. Das Denkmal steht seit Mitte der 1960er Jahre im hinteren Teil des Prinzessinnengartens. Des Weiteren findet sich eine Büste in der Valhalla und das Blücherdenkmal von Fritz Schaper in Kaubamrhein, das am 18. Juni 1894, dem Jahrestag der Schlacht bei Waterloo, enthüllt wurde. Zudem gibt es in Kaubamrhein Blücherdenkmal und ein Blüchermuseum. Im niederschlesischen Kriplowitz, das zwischen 1937 und 1945 Blüchersru hieß, steht das Blüchermausoleum. Ein zylindrischer Bau von etwa 10 Metern Höhe. Für die Denkmalgruppe 30 in der ehemaligen Berliner Siegesallee schuf Gustav Eberlein 1901 eine Nebenbüste Blüchers zum zentralen Standbild von König Friedrich Wilhelm III. Nach Marschall Blücher wurden mehrere Schiffe benannt. SMS Blücher Der Blücher geht auf Marschall Blücher zurück, der seine Soldaten mit diesem Schuhmodell für den Siegeszug gegen Napoleon ausstatten ließ. Die international gebräuchliche Bezeichnung verweist noch auf seine Ursprünge als robuster Armeestiefel.